Verschwinde endlich. 100 bloß? Es ist doch 3000. Du musst genau hinsehen, Spinnenhirn. Da stand 3000. Für drei Minuten. Und du hast zwei gebraucht. Und deshalb gebe ich dir 100. Und dafür kannst du dankbar sein. Hören Sie, ich brauche das Geld. Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist. Hey, was soll denn dies? Pack die Kohle sofort in den Sack. Mach schon! Hey! Der hat mein Geld geklaut! Halt ihn auf! Halte dich! Er hat mein Geld! Danke. Was ist denn los mit dir? Du hast ihn gehen lassen! Schneidet ihm den Weg ab und ruft die Bullen! Du hättest den Kerl auseinandernehmen können. Und jetzt haut er mit meiner Knie ab. Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist.